Ich habe das ein oder andere Mal auch jetzt am letzten Spieltag vor der Kurve gestanden und war dann kurzfristig versucht mitzusingen und habe dann so gedacht, wer ist dieser Ewald Lien, den die da die ganze Zeit besingen? Da muss ja ein Riesenhecht sein. Manchmal bin ich schon so aus dem Stadion rausgegangen nach Hause und habe gedacht, ich bin, der muss ja ein Riesentyp sein. Dann bin ich zu Hause hereingekommen, dann hat meine Frau gesagt, bring mal den Abfall runter und spiele ich nicht so auf. Dann wusste ich wieder, wo ich stand. Ziel ist, dass ich irgendwann mal an der Außenministerkonferenz teilnehme für den FC St. Pauli. Oder G20, ja, da musst du da hin.